Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 286. Mein Name ist René, außerdem heute Abend mit dabei der Herr Marvin. Hi. Und das war es dann auch schon. Die anderen haben uns kläglich im Stich gelassen. Ja, böse Beschwerden bitte per Twitter und sonstigem senden. Die wissen ja, wie das geht. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir auch schon voll rein und sprechen über dieses Hertha-Spiel. Das war ja heute erst. Und ich muss sagen, so in den ersten 20 Minuten, da hat die Eintracht uns auch schwer im Stich gelassen. Boah, was habe ich gebibbert? Also ich muss schon sagen, die Anfangsphase der Frankfurt Eintracht war enorm, enorm bitter. Also ich habe selten in der Anfangszeit der Frankfurter Eintracht gesehen, also jetzt in der letzten Zeit, die so schlecht war. Muss man schon mal sagen, dass die Eintracht so defensiv enorm schwach war, überhaupt gar nicht geordnet. Man hat ja eigentlich gedacht, dass sich mit der Hereinnahme von Hasebe ein bisschen Kontinuität wieder auftut. Das war am Anfang nicht der Fall. Und ja, und wir haben ja in den letzten Wochen schon ein paar Schwachstellen besprochen mit Vallett und auch Salcedo. Das blieb dabei. Also da hat in der Zuordnung, fand ich, überhaupt nichts gestimmt. Wir haben permanent irgendwelche Lücken aufgemacht. Was ja auch bei dem 1-0, was ja dann auch in der 16. Minute letztendlich gefallen ist, sich aber ja wirklich die kompletten 16 Minuten vorher angedeutet hat. Also halt einfach gegenseitig das Abseits da aufheben, weil halt einer viel zu spät rausrückt und auf anderen Stellen halt viel zu früh, um dann da den Passweg aufzumachen. Und gerade in dieser Situation habe ich mich fürchterlich über Abraham aufgeregt, weil anstatt da jetzt irgendwie noch den Sprint hinzulegen und irgendwie in diesen Ball reinzuspringen, bleibt er stehen und hebt die Hand. Das war auch eine richtig bittere Situation. Also ich kann doch da nicht aufhören zu spielen. Ich meine, über das Aufhören zu spielen kommen wir ja nachher vielleicht auch nochmal drauf, aber das kann ich doch in der Situation nicht machen. Also ich kann mich doch auch im Laufen beschweren. Ja, aber auch in den Szenen zuvor war es ja total oft so, dass die Eintracht immer einen Schritt zu spät war, auch irgendwie so eine gewisse Gedankenschnelligkeit verloren hat oder gefehlt hat zumindest. Ich muss ja auch sagen, das 1 zu 0, das war zu dem Zeitpunkt hochverdient. Es gab da schon die eine oder andere Möglichkeit, die die Herr Tane ungenutzt haben lassen. Also ich meine, auch davor wäre es schon möglich gewesen. Ich erinnere an eine Szene, wo dann Radetzky dann irgendwie noch gut retten musste. Wollte ich gerade sagen, also ja nicht nur ungenutzt, sondern auch zum Glück haben wir nach wie vor noch einen Radetzky da hinten im Kasten stehen, der halt dann auch wieder spinnenarm ähnlich da das eine oder andere verhindert hat. Ansonsten hätte es in der Situation locker schon 2 oder 3 0 dann nachher stehen müssen. Also das war wirklich ein ganz, ganz übler Start. Man hatte halt wirklich so zum Teil das Gefühl, sie haben entweder keinerlei Motivation oder sie waren halt einfach, wie du schon sagst, geistig so abwesend, dass da irgendwie das überhaupt nicht drin war. Warum auch immer. Also ich würde fast eher sagen letzteres. Es war einfach, dass du immer gedanklich schon einen Schritt zu spät warst. Ich glaube, es ist auch nicht einfach, sich auf so schnelle Spiele einzustellen wie Davy Selke, der natürlich schon eine gewisse Grundschnelligkeit an den Tag legt, mit der du erstmal irgendwie klarkommen musst. Die Pisevic ist ja jetzt auch kein Spieler, der zwar großartig schnell ist, der aber halt auch eine Präsenz hat. Auch da muss man sich darauf einstellen. Lecky ist immer so ein bisschen von der Seite gefährlich. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel war für die Eintracht ein bisschen ungewohnt und hat die Eintracht wirklich vor einige Probleme gestellt. Auch in der Folgezeit. Also ich meine natürlich 1 zu 0, Davy Selke hat er gut gemacht. Da war gar keine Möglichkeit für Radetzki. Da kann mir überhaupt keine Schuld machen. Das war ganz normales Gegentor. Ja, Radetzki kommt halt nicht mehr hin. Aber auch so die ganze Entstehung. Klar, Selke ist ein schneller Spieler. In Ibizewic, der ist halt auch eher so dieses, fällt ja für mich auch so ein bisschen in diese Kategorie Tor-Phantom, den siehst du irgendwie 30 Minuten nicht und dann hält er an der glücklichen Stelle dann irgendwie seinen Fuß hin. Aber sie sind halt auch einfach nicht konsequent ins Pressing gegangen. Also so ganz beschreibend für mich war eine Situation, die war glaube ich sogar direkt vor dem 1-0, wo, jetzt muss ich gerade überlegen, wer das war. War das Weiser oder war das Plattenhard? Ich weiß nicht mehr. Einer von den beiden auf der Außenbahn, ja, und anstatt, dass Williams wirklich so offensiv ins Pressing geht, hält er so den Arm raus, so nach dem Motto, bleib doch bitte mal stehen, ich komme nicht hinterher. Oh ja. Wo ich mir auch denke, das kannst du doch, also so kannst du doch nicht Fußball spielen. Also da war halt keinerlei Konsequenz drin. Das war grauslich. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt. Ja, ich auch. Also ich habe dann auch nach dem 1-0, da habe ich echt gedacht, scheiße, was blüht uns hier. Und dann auch in den Folgen danach habe ich gedacht, scheiße, wenn das jetzt hier so weitergeht. Also ich meine, ich habe mir eigentlich gar nicht so viel auch von dem Spiel erhofft. Mir war schon klar, das wird eine sehr, sehr schwierige Partie. Denn wenn wir Glück haben, kommen wir hier eigentlich so mit einem Unentschieden davon. Ja, keine Ahnung, also ich habe so das Gefühl gehabt, ah, naja gut, vielleicht gar nicht so verkehrt, dass du jetzt mal nach Berlin gefahren bist. Aber so die Anfangszeit, da war ich so, scheiße, wenn das jetzt so weitergeht. Aber umso interessanter, die Eintracht hat dann irgendwann nach so 25 Minuten, würde ich sagen, doch wieder den Weg, na, eigentlich noch so, man könnte schon fast sagen, so nach 20 Minuten eigentlich schon langsam den Weg wieder zurück ins Spiel gefunden. Ja, aber auch nur so sehr langsam. Also sie sind mehr ins Pressing gegangen. Aber was sich sehr lange noch fortgesetzt hat, war die absolute Unfähigkeit, einen Pass auch nur irgendwie über 5 Meter entfernt auf den eigenen Mann zu bringen. Also da war ja eine totale, diese komplette Abstimmung hat gefehlt. Die haben Pässe in die Räume gespielt, wo sie dran, wo sie vermutet haben, dass irgendwie Mitspieler sind, wo aber gefühlt seit einer Minute keiner mehr war. Ja, stimmt. Das ist, das ist mir auch aufgefallen, diese Fehlpass-Häufigkeit. Also das zerstört natürlich auch jedes Offensivspiel und auch jeden Spieleraufbau. Das hast du ja dann schon deutlich gemerkt. Irgendwie haben sie trotzdem mit der Zeit ein bisschen mehr Sicherheit reinbekommen. Aber wie du gesagt hast, es dauert eine Weile. Aber immerhin gab es dann so schon mal ein paar Möglichkeiten. Dann hat Rebic sich eine Chance erarbeitet. Ja, Stein, richtig guter Torhüter. Hatan, dann kriegst du doch noch nicht so leicht aus der Reserve, kannst du nicht so leicht locken. Aber, und dann hast du es ja gemerkt, es gab mal eine Ecke. Ich habe mir dann eigentlich gedacht, okay Leute, gibt es halt mal wieder eine Ecke. Weißt du schon, wie der Hase hier läuft. Genau, Gegner kriegt einen Ball, Konter, 2-0 für Hatan, alles gut. Genau, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber, die Jungs haben sich echt mal was dabei gedacht. Zum allerersten Mal, nachdem ich das in der letzten Woche ja schon angesprochen habe. Wo ich mir dann wirklich gedacht habe, Leute, ihr müsst doch die einfachen Dinge einfach mal nutzen. Jetzt haben sie es genutzt. Meine Kühle war richtig gut gemacht. Ja, Willems legt die Kugel hin. Da achtet wirklich keiner auf den Willems, aber auch absolut gar keiner dahinten. Auch bitter eigentlich. Auf den Wolf, sag ich ehrlich, auf den Willems, auf den Wolf. Achtet da hinten irgendwie gar keiner. Und da war dann halt aber auch das Hereinspiel von Willems halt wirklich auf den Punkt. Der Ball kam genau da an, wo er hin sollte. Und da war halt auch, ich meine gut, da waren auch 50 Prozent Glück. Weil wenn du das Ding da so draufhämmerst, das kann auch einfach dann irgendwie im 48. Stock landen. Aber da war halt auch sämtlicher Frust von Wolf von den Anfangsminuten da drin. Wie der das Ding da draufhaut, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie der drin war. Ich würde schon mal sagen, wenn wir es positiv meinen, dann war das alles genauso geplant von Wolf. Und der hat halt einfach so ein feines Füßchen. Ja, ja, das hast du ja an der einen oder anderen Stelle auch bei den Pässen gesehen. Der war ja auch einfach wieder extrem umtriebig. Und klar, der kann halt auch schießen. Aber das Ding musst du halt auch erstmal exakt so treffen. Und der Rasen war ja auch extrem schwierig zu bespielen. Das war ja dieses Regen-Schnee-Gemisch-Ding. Also da kannst du halt auch mal irgendwie an dem Ding vorbeirutschen und nicht noch dreimal überschlagen, wenn du Päscher hast. Das waren jetzt schon die Momente, wo man dann sagen kann, okay, die Fußballer verdienen jetzt schon ihr Geld zurecht. Bei widrigen Wetterbedingungen hier von den Balldotzen und so weiter und so fort, sich blöden Fouls stellen und die Möglichkeit nutzen, die einem da gegeben sind, obwohl es nicht optimale Bedingungen sind. Das war dann schon so ein bisschen mal dieses Spiel, dieses rauere Spiel. Aber um nochmal zum Tor zurückzukommen, das war natürlich eine herausragende Variante. Das muss man sagen. Und es war auch so, als hätten die Leute das geplant. Ich denke, davon kann man schon ausgehen, dass das hier eine Situation war, die im Training bestimmt auch ein bisschen fonciert wurde. Aber so musst du es machen. Und dann nutzt du halt auch die Möglichkeiten, dann hast du die Herthaner kalt erwischt und plötzlich sehen wir hier ein ganz anderes Spiel. Denn plötzlich ist die Eintracht die Mannschaft, die hier ein Stück weit besser nach vorne spielt. Ja, also definitiv. Also auch gerade, wie du schon sagst, halt einfach auch mal so eine Variante da auszupacken, aber die halt auch sehr gezielt zu probieren, wenn du halt einfach merkst, okay, so mit diesen klassischen Ecken hoch rein und Kopfball kommen wir hier irgendwie nicht rein. Wir müssen mal irgendwie eine Variante da auspacken und du halt einfach auch die Menschen in der Mannschaft hast, die halt eben auch mit dem Ball am Fuß da vernünftig agieren können. Ja, also das zeigt halt ein deutliches Mal, dass der Trainer ein sehr gutes Gespür dafür hat oder halt einfach jede Woche hier fleißig zuhört und auf das hört, was wir hier halt von uns geben. Ich gehe davon aus, dass beides der Fall ist. Aber es gell ja auch die Spieler dazu und auch Willems hat es in der Situation auch einfach wirklich gut gemacht. So musst du weiterarbeiten. Du kannst natürlich den Trick jetzt nicht dreimal hintereinander spielen, das ist auch klar. Also da spielt sich sowas aus. Aber seien wir erstmal froh damit, dass es forciert wurde, dass es endlich mal genutzt wurde. Und in den Minuten danach lief es dann auch deutlich besser. Es gab noch die eine oder andere Chance, die die Eintracht hatte. Nicht komplett, also es war keine hundertprozentige dabei, aber es war vom Spielsystem schon wieder so ein bisschen, dass wir den Aufbau endlich mal wieder ein bisschen mitbestimmt haben und auch besser in die Lücken gehen konnten. Der Rataner, denn bei denen war es dann im Gleichzug so, dass ich gefühlt habe, dass nach dem Gegentor gar nicht mehr so viel ging bei denen. Also ich habe danach keine zwingende Situation mehr gesehen. Die waren da durchaus so ein bisschen überrascht, wobei man sagen muss, wir hatten immer noch das Problem, was wir ja letzte Woche auch schon festgestellt haben. Sie haben halt sehr konsequent nach wie vor noch versucht, unser Mittelfeld, konsequent versucht. Ja, doch, geht gerade noch. Versucht unser Mittelfeld da irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, was halt am Ende auch wieder dazu geführt hat, dass dann ein Abraham und ein Falet halt auch wieder den Spielaufbau so ein bisschen machen mussten, was halt auch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ja, also der Schlagabtausch war so ein bisschen offener, aber so richtig zufrieden war ich da auch noch nicht. Und spätestens bei der Aktion mit Wolf, wo er sich dann da, wo er so blöd im Strafraum da umgeknickt ist, da habe ich gedacht, na hervorragend, jetzt ist hier der Nächste kaputt. Also das sah schon sehr übel aus. Da habe ich nicht dran geklappt, dass der in dem Moment wieder aufs Feld zurückkumpelt. Stimmt. Was ich auch enorm bitter fand, war die Tatsache, dass wir ja relativ früh uns mit gelben Karten versorgt haben, um es mal positiv zu formulieren. Also dieses Spiel war ja durchzogen von so kleinen Nicklichkeiten. Und was mich halt auch waslos dabei aufgeregt hat, ist, dass dieser Schiedi halt auch keine klare Linie hatte. Dann gibt er da mal einen Freistoß, dann gibt es da mal irgendwie eine Karte. Dann gerade in der zweiten Halbzeit war das ja, glaube ich, wo ich glaube Ibišević war es, wirklich den Arm komplett ausgestrengt hat und da bei, ich weiß nicht, wer war es denn? Ich glaube bei Haller im Gesicht umfuhrwerkt. Und es gibt nix. Und drei Minuten später dreht sich, ich glaube Willems war es, im Zweikampf so beim Hochspringen halt rum. Und ja, er trifft ihn mit dem Ellbogen. Und ja, der hat den Ellbogen da irgendwie draußen. Aber da gibt es eine gelbe Karte. Aber wo ich sage, so aus der Körperdrehung heraus mit dem Ellbogen ist für mich noch mehr eine natürliche Bewegung, als wenn ich den Arm einmal komplett ausgestreckt habe und mit der Hand nach hinten wische. Also da war halt einfach keine Konsequenz dahinter. Das war so sehr undurchsichtig, was da gespielt worden ist oder gemacht worden ist. Das hat mich fürchterlich aufgeregt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich fand das auch in Teilen sehr unglücklich. Ich muss aber auch sagen, dass ja auch die Eintracht, die ihr Teil dazu beigetragen hat, hier auch die Situation schon ein bisschen zu verkomplizieren. Also in der neunten Minute ging es darum, dass Boateng schon eine gelbe Karte bekommen hat. Ob man die jetzt geben muss oder nicht. Aber das Problem ist einfach, du spielst dann potenziell 81 oder vielleicht noch mehr Minuten, je nachdem wie lang die Nachspielzeit geht, mit einer gelben Vorbelastung. Das war halt schon schwierig. Auch das Ding von Rebic, wo er da dem Schiri da fast diese Kopfnuss verpasst. Also die berühren sich ja wirklich am Kopf. Er geht ja so nah an den Schiri ran, dass er ihn quasi mit der Stirn berührt. Wo ich auch sage, also du kannst dich ja durchaus über die Schießrichterentscheidung aufregen. Aber da musst du dich im Griff haben und kannst da nicht irgendwie rangehen. Wenn der jetzt auch so diesen, wenn du es beim Gegenspieler machst, der macht dann diesen theatralischen Ich-lass-mich-fallen-Ding und dann hast du die rote Karte da an der Backe. Das ist genau das Ding. Und das ist halt total dämlich. Also da muss er wirklich auch Rebic drüber nachdenken, ob das in Ordnung so ist, wie er das macht. Natürlich hat er auch wieder den einen oder anderen positiven Akzent gehabt. Es ist immer eine Belebung offensiv. Das hast du gemerkt. Aber solche Dinge bringen uns einfach wieder ein Stück weit zurück. Stell dir mal vor, wo kommt dann rot? Dann läuft das Spiel vielleicht wieder ganz in eine andere Richtung. Und dann interessiert sich auch keiner dafür, ob du vorher drei Torchancen eingeleitet hast oder nicht. Dann bist du in der 50. mit rot vom Platz gelaufen, weil du zu blöd warst, deinen Frust irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und das ist halt einfach eine ganz, ganz blöde Situation. Genau. Aber im Verlauf der zweiten Halbzeit ergab sich für meinen Dafürhalten so ein bisschen eine offene Partie, wo beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Auf der einen Seite habe ich bei Lustenberger viele gute Dinge gesehen. Das ist mittlerweile echt ein Spiel, der auf einem extrem hohen Niveau agiert, was ich eigentlich früher, als er zu Hertha gekommen ist, gar nicht so gedacht hätte. Aber wie gesagt, wir hatten dann auch unsere Möglichkeiten. Ich erinnere hier an den Kopfball von Rebic. Mega gute Aktion. Was mir positiv aufgefallen ist, die Tatsache, dass wir in der Halbzeit ja einen Wechsel gemacht haben. Und zwar, dass Gacinovic, der nicht so wirklich im Spiel war, habe ich so das Gefühl gehabt, gegen Barkov eingetauscht wurde. Was für mich eine relativ interessante Entscheidung war. Weil ich hätte, glaube ich, von All People, hätte ich, glaube ich, nicht zwingend Armin Barkov da reingestellt. Aber der Junge hat seine Sache ordentlich gemacht, oder? Ja, aber gut. Ich meine, wen hätte es denn sonst noch auf der Bank gehabt? Zimmermann, klar, Tor ist nicht. Ein Russ, Fernandes und ein Rigota. Ja, also da ist Barkov schon noch der, der am ehesten da irgendwie eine Tavata und Jovic hätte es noch gehabt. Ja gut, man hätte Jovic vielleicht noch bringen können. Ja, aber Jovic springst du in so einer Situation auch nicht. Was du hättest machen können, wäre, dass du Boateng nach vorne ziehst und dafür Fernandes reinsetzt. Weißt du? Also Gacinovic raus, Fernandes dann dafür rein, Boateng nach vorne. So hättest du es machen können. Ja, wobei Boateng, muss man halt auch sagen, er hat immer mal wieder so seine Momente, auch gerade, wo er dann mal irgendwie versucht, sich da durchzutribbeln und er kann halt auch mal so einen Ball irgendwie halten. Aber seine Stärke ist, finde ich, schon eher so der Aufbau von hinten und jetzt nicht da auf der Außen oder da vorne. Also da fand ich schon, dass, also wenn du den Wechsel auf der Position machen willst, wären es halt für mich schon eher noch so Barkov oder Rigota gewesen, wobei Rigota jetzt auch nicht die Spritzigkeit in Person in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen gewesen ist. Nee, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert, dass halt Kovac gesagt hat, ich gebe, ich gebe dem jungen Barkov hier die Möglichkeit und die hat er für mich absolut genutzt. Da waren mehrere, da waren mehrere kluge Bälle dabei. Ich meine, auch Barkov gleich am Anfang ein super Zusammenspiel öfter mit Wolf gehabt, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, die beiden können gut miteinander, die harmonieren, ja. Das war die eine Situation, es gab noch die ein oder andere. Und das hat dafür auch, das hat auch das bewirkt, dass wir im Spielaufbau ein bisschen sicherer waren, ohne dass wir jetzt total brutal überlegen waren. Ich muss auch sagen, die Torchancen-Mehrheit, glaube ich, war bei der Hertha, aber von auch nicht, es waren auch bei weitem nicht alles zwingende Sachen dabei. Man hat aber schon gemerkt, dass die auch ein bisschen unsicherer wurden im Verlauf. Da waren noch, die haben, glaube ich, auch mehr Fehlpässe als wir. Würde ich sagen, es kam, also es war dann sehr fahrig und die Eintracht hat sich mit, also im Verlauf der zweiten Halbzeit eine gewisse Sicherheit angeeignet, die auch dazu geführt hat, dass wir, mag das jetzt ein bisschen glücklich sein oder nicht, aber dass wir dann irgendwie das 2-1 gemacht haben. Und meine Güte, das war ein richtig geiles Ding, oder? Ja, wobei ich echt den Moment gebraucht habe, um das zu realisieren, weil das war ja auch so ein bisschen das Problem der Hertha, die ja aufgehört haben zu spielen, weil sie irgendwie der Meinung waren, das Spiel wäre unterbrochen, wobei niemand irgendwie gepfiffen hat. Dann war ich als nächstes der Meinung, na ja, der geht zwar irgendwie zum Ball, aber der steht im Abseits, also so what? Ja, und dann ist das Ding drin und dann gucken sich alle irgendwie so komisch an und dann auf einmal kommt dann die Meldung, doch Tor. Also ich habe lange gebraucht, um das so richtig zu realisieren. Und Boateng natürlich zum einen irgendwie so Berlin als sein Ex-Klub hatte nicht jubeln wollen, aber ich glaube, so richtig realisiert hat er das in dem Moment auch nicht. Also klar, die Ausführung von ihm, das Ding da eben so im halben Seitfallzieher da reinzudrücken und dann halt auch noch so elegant den Winkel zu treffen, da war Jahrstein aber auch absolut chancenlos, der stand viel zu weit vor und vor. Also der wäre da niemals im Leben wieder rangekommen. Also die Ausführung war schon sehr optimal und auch wie Haller sich da gedankenschnell, nachdem Weiser der Ball da verspringt, das Ding da irgendwie rüberschiebt. Aber so diese komplette Entstehung ist ja dadurch entstanden, dass die Hertha einfach aufgehört hat zu spielen. Ja, und dann hat er... Das zweite Mal Tor durch aufhören zu spielen. Ja, im Grunde schon. Also man muss auch sagen, dass, glaube ich, die Hertha sich das, glaube ich, selbst vornehmen wird oder selbst als Fehler angreifen wird, dass dieses Tor überhaupt entstanden ist. Aber für uns muss es egal sein. Wir haben die Chance wieder genutzt, die sich geboten hat. Aber Boateng hat ja in der Vorwoche gesagt, wir müssen das jetzt abhaken. Ja, also mehr oder weniger Mund auf uns. Ich habe jetzt hier genau, wortlaut nicht, wir haben jetzt das Spiel verloren, aber das nächste Woche gewinnen wir wieder. Und genau so war es. Und er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es jetzt hier zu einem Torerfolg werden konnte, beziehungsweise zu drei Punkten. Und das fand ich herausgehakt. Also er hat auf jeden Fall Wort gehalten und hat die Eintracht hier auf die Siegerstraße geführt. Ja, also das ist ja das, was man an Boateng da halt wirklich schätzen kann, dass er halt einfach da diese klare Kante hat und ja, die richtigen Worte findet und aber auch da jetzt halt also nicht irgendwie drum herum redet, sondern halt einfach klar das sagt, was ihm und der Mannschaft an der Stelle halt einfach dann jetzt da auch was bringt. Und ja, ich meine, er hat ja auch recht. Letzte Woche war halt einfach schlecht gespielt. Leverkusen war besser drauf und gegen Hertha hast du durchaus wieder Chancen. Und dann musst du das halt so machen. Und wir haben ja gesagt, wir sind zufrieden, wenn wir da irgendwie einen Punkt holen, dass es am Ende dann halt zu dreien gereicht hat. Ich meine, die Eintracht hat ja schon in vergangenen Spielen sehr oft gezeigt, dass wir immer mal dazu da sind, um ja in der späten Phase des Spiels da noch irgendwie ein Tor zu machen. Und ja, das letzte Mal hat es in Berlin nicht so sehr mit Toren und Punkten funktioniert und diesmal nicht. Aber diesmal war ja auch Helene Fischer nicht in der Halbzeitpause da. Ja, ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist. Ich habe aber Sky geguckt, was jetzt auch nicht großartig viel besser ist. Nee, da waren auch so ein paar Helene-Anspielungen da drin und der Kommentator war auch so ein bisschen, ja, also der Kommentator hat mich auch wieder fürchterlich aufgeregt. Aber nun gut. Ich habe ja nebenbei gearbeitet und dann habe ich es natürlich relativ leise gemacht und dann ist es halt dementsprechend so, dass ich nicht alles so ganz genau laute. Aber der Kommentator Ja, naja, was will man machen? Aber ist mir egal. Wir haben drei Punkte geholt und ich bin im Grunde ein bisschen überrascht, dass wir das überhaupt geschafft haben. Ich muss sagen, wie würdest du das jetzt zusammenfassen? Also bei mir ist es jetzt schon so, das war so ein bisschen ein glückliches Ding. Aber andererseits muss man auch sagen, dass die Hertha sich das schon selbst zuzuschreiben hat, weil sie einfach viel zu wenig offensiv eigentlich in der zweiten Halbzeit gemacht haben, oder? Ja, aber das war ja das, was wir in der letzten Woche auch schon gesagt hatten, was sich ja auch so, wenn man sich das Spiel gegen Köln letzte Woche angeschaut hat, auch so ein bisschen gezeigt hat. Ja, sie haben gute Stürmer und ja, die können das eigentlich auch, aber das, was sie gegen Köln gemacht haben, waren ja auch eher so diese, diese, ja, Stolpertore, dieses, ich drücke den irgendwie in der letzten Sekunde noch darüber. Und ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die auch in der Tabelle gerade eben eher weiter unten stehen und nicht weiter oben wie in den Jahren davor, weil sie sich halt auch einfach, ja, so ein bisschen irgendwie schwer tun dieses Jahr. Und das hat sich ja jetzt ja auch gezeigt, sie hatten die Chancen und sie machen sie nicht. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, wir sind jetzt auch nicht das Torwunder schlechthin. Also wir stehen ja auch nur so gut da, weil wir halt einfach eine sehr effektive Defensive in der meisten Zeit hatten. Tormäßig sind wir jetzt auch nicht so viel wahnsinnig besser als die Hertha. Beziehungsweise wir sind sogar einen Ticken schlechter, die haben ja noch ein paar mehr Tore geschossen. Aber ja, also wir waren halt am Ende einfach konsequenter, wobei man schon sagen muss, das war jetzt für mich so ein klassisches Vorspulspiel eigentlich. Die ersten 20 Minuten hättest du gern irgendwie nach vorne gespult, weil sie fürchterlich grauslich waren. In der Mitte ging's und die letzten 10 Minuten wollte ich eigentlich, oder 13 mit Nachspielzeit, wollte ich eigentlich auch gerne vorspulen, um das Ende zu sehen. Und einfach nur, um zu wissen, dass es am Ende funktioniert hat, weil die 30 Minuten, die dann nach dem 2-1 waren, die haben mir schon viele, viele Nerven gekostet. Ja, mich auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da auch, selbst da hat die Hertha zu wenig angeboten, um das jetzt hier wirklich noch mal entscheidend gefährlich reinzulassen. Es gab noch eine gute Chance von Lustenberger, aber okay, das hat dann auch nicht mehr gelangt. Egal, wir haben 22 Punkte, liebe Leute, nach 14 Spielen, ich meine, das ist herausragend. Das ist super. Nicht zwingend erwartet in dieser Saison, wir sind jetzt eigentlich hier in einer sehr, sehr guten Position. Ich meine, jetzt können wir ganz relaxed die letzten Spiele angehen, denn wir wollten auf jeden Fall über 20 Punkte in der Hinrunde und das haben wir jetzt schon erreicht und alles, was jetzt kommt, ist wieder ein geiler Bonus, oder? Ja, und es zeigt aber leider auch sehr stark, wenn man sich das so in der Verteilung anguckt, wie genial wir bei Auswärtsspielen unterwegs sind und wie grandios schlecht wir bei Heimspielen sind. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und da muss auch, glaube ich, die Eintracht nochmal ein bisschen ein anderes Konzept entwickeln, denn das ist natürlich herausragend, dass wir hier der Tabellenführer der Auswärtsmannschaften sind, aber ganz ehrlich, du kommst damit nicht in den Europacup, es gibt keine Europacup-Auswärtstabelle, so qualifizierst du dich nicht, abgesehen davon, dass das natürlich nicht das primäre Ziel ist, aber ich will nur mal sagen, du musst auch sehen, dass du zu Hause eine größere Stabilität hinbekommst. Ja, das definitiv, aber so in Summe hast du natürlich schon recht, also 14 Spieltage, 22 Punkte, das ist herausragend gut, du hast irgendwie jetzt alles für die Hinrunde getan, du hast jetzt noch drei Spiele plus den Pokal, glaube ich, genau, da ist sogar noch das eine oder andere Spiel dabei, wo du sagen kannst, naja, da ist mal noch irgendwie ein Punkt oder sogar ein bisschen mehr dabei, ich meine, Bayern sprechen wir gleich nochmal drüber, dann haben wir noch den HSV und Schalke, ja, ähm, Schalke, weiß ich nicht, die haben selbst gegen Köln irgendwie nur ein 2-2 auf die Kette gekriegt, das ist halt auch so ein bisschen, so ein Wackelkandidat, ja, der HSV musste eigentlich ganz klar irgendwie die Punkte mitnehmen und Bayern, ja gut, dann halt keine Punkte, aber, also da ist noch ein bisschen, ein bisschen Option drin, ja. Ja, genau, und das ist halt das Gute, wir haben jetzt in die, wir starten jetzt in die Wintersaison, sage ich mal, in die letzten drei Schneespiele, mehr oder weniger, mit Pokal sind es dann vier, und wir haben halt die ganz klare Diktion, zumindest im Pokal auf jeden Fall eine Runde weiterzukommen und wenn es geht, hier noch den anderen Punkt mitzunehmen, aber ein bisschen ohne Druck und das ist, glaube ich, ganz gut, aber lass uns doch gleich schon mal zum nächsten Spiel gehen, also ich meine, aktuell ist, wir sprechen jetzt hier so knapp nach dem Spiel, da gibt es jetzt noch keine Gerüchte oder sonstige Dinge, die wir hier großartig besprechen könnten oder die irgendwie auch eine größere Relevanz haben, lass uns doch gleich das Spiel gegen die Bayern besprechen, oder? Ja, lass uns da mal dazu kommen, also, die haben sich ja jetzt auch, die haben jetzt ja am Wochenende gegen Hannover gespielt und haben sich da ja jetzt auch nicht so herausgetan, die haben ja auch lange gebraucht, um da halt wirklich ihre Qualität auf die Straße zu bringen, ich habe es jetzt auch nur in Auszügen gesehen, das war ja jetzt auch so mit annulliertem Tor und verschossenem Elfmeter und hast du nicht gesehen, war das natürlich jetzt auch alles irgendwie nicht so optimal, aber die haben da auch lange gebraucht, um da irgendwie reinzukommen, wenn man letztendlich, sie haben jetzt die Qualität, zeigt sich, sie rücken da jetzt langsam so ein bisschen davon, aber so optimal spielen die halt auch nicht, ja, und wenn die halt jetzt einfach, ja, wenn du den Druck nicht hast, ja, und dann halt vielleicht jetzt auch damit die Chance hast, weil du ja zu Hause spielst, wo es halt einfach auch eine grandiose Stimmung geben wird, gerade gegen die Bayern, da halt wirklich einfach auch mal diesen, diesen sprichwörtlichen Bock da so ein bisschen umzustoßen, also ich will jetzt mir keine großen Chancen ausrichten, aber es dürfte auf jeden Fall ein gutes Spiel werden. Das ist doch das Geilste, also ganz ehrlich, ich war ja letztens ja beim Max im Rasenfunk, da haben wir auch mal wieder über das Spiel gesprochen, das letzte Mal beim Rasenfunk war, also davor, war es auch glaube ich, dass die Eintracht irgendwie kurz vor dem Spiel gegen die Bayern stand, und da war das für mich so eine Situation, da habe ich keine Vorfreude gespürt, da war es für mich so, ach komm, weißt du, die Bayern sind so weit abgehoben, die sind so weit Lichtjahre entfernt, von dem, was sonst in der Bundesliga passiert, ich weiß nicht, ob das, kann aber unter Pep gewesen sein, ich glaube, es war wirklich unter Pep gewesen sein, das müsste ja mit Pep gewesen sein, das ist ja noch gar nicht so lang her, und da haben die einen ganz anderen dynamischen Fußball gespielt, der irgendwie so einen ganz anderen Touch hatte, und da habe ich gedacht, scheißegal, aber jetzt, Leute, die sind wieder Menschen, ja, und natürlich haben die jetzt gegen Hannover zu Hause gewonnen, aber die haben sich, wie du schon gesagt hast, enorm schwer getan, da waren Dinge dabei, das hätte auch in die andere Richtung gehen können, natürlich, ganz klar, die Bayern hätten das Ding so oder so nach Hause geschaukelt, das glaube ich schon, aber diese ganze Elfmetersituation, die war schon äußerst ungünstig für Hannover, da muss ich auch sagen, das ist, keine Ahnung, das lief schon nicht so glücklich für die Jungs aus Hannover, und das hätte auch mal anders ausgehen können, hätte es den Elfmeter auch gelten lassen können, weil ja auch unter anderem auch ein Bayern-Spieler da reingelaufen ist, aber gut, da wäre es wahrscheinlich noch einfach einen Tick schwieriger geworden, aber du merkst, dass die Bayern einfach verwundbar sind, die haben natürlich auch immens viele Verletzte, jetzt kommen sie langsam wieder zurück, aber das ist noch nicht alle so hundertprozentig optimal, ja, ich meine, immerhin kamen jetzt Leute wie Rafinha zurück, der mir übrigens aber auch bei dem Spiel nicht gut gefallen hat, Müller war dagegen wieder richtig da, und das hat natürlich die Einzelqualität, die halt die Bayern dann aktuell auch einfach benötigen, um solche Spiele erfolgreich zu bestreiten, Kuhmann war natürlich bei dem Spiel absolut herausragend, aber Leute, die Eintracht hat mega Bock, ich glaube, die freuen sich alle auf Samstag, geiles, geiler Tag, 15.30, beste Uhrzeit, Fußball vom Feinsten, und ich glaube, alle Fans, die hinfahren werden, die sind komplett heiß, wie du das gesagt hast, und endlich geht mal wieder was, du hast das Gefühl der Besiegbarkeit. Ja, du hast ja auch ein paar Spieler dabei, die die Bayern durchaus kennen, ich meine, der Trainer kennt die Bayern ja auch, war ja auch da, und dann ist das natürlich halt auch nochmal irgendwie ganz was anderes, du hast einen Heinkes, der dann da auf der Trainerbank sitzt, das wird halt auch zusätzlich die Stimmung dann da nochmal so ein bisschen im Stadion anfeuern, die Älteren unter uns erinnern sich, also ja, also ich habe da auch richtig Lust, und allein das Duell irgendwie Kimmich gegen Rebic, da auf der Seite, das stelle ich mir auch schon äußerst interessant vor, und es wird natürlich auch das, das nennen wir es Bruder-Duell, Boateng gegen Boateng. Ja, guter Einwand, das hätte ich schon wieder fast verdrängt, aber genauso ist es ja, ich meine, auch das ist ja eine heiße Nummer. Genau, also da ist halt auch spannend zu sehen, wie viel Raum lässt der eine dem anderen, ja, oder auch nicht, also, ja, also, da gibt es schon viele, viele Dinge, die da durchaus herausragend sein könnten, und wenn, wenn der Trainer es schafft, da die Mannschaft jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen zu motivieren, um eben auch dieses, dieses Heimgespenst, würde ich es jetzt mal fast nennen wollen, da so ein bisschen irgendwie mal, so kurz vor Weihnachten noch, in seine Schranken zu weisen, kann da halt schon einfach ein, also, ich will jetzt nicht von einem Sieg oder irgendwas reden, aber da kann halt einfach schon ein sehr grandioses Spiel draus werden, und es wird auch ein massiv spannungsgeladenes Spiel, auch stimmungsgeladenes Spiel, ich glaube, dass auch ein Ulreich eine gewisse Atmosphäre neben sich oder hinter sich spüren wird, ja, wenn er dann bei uns in der Kurve ist, das dürfte für ihn auch nicht unbedingt so unangenehm sein, es gibt so viele kleine Facetten des Fußballs in der optimalen Form, und genau so kann das werden, die Eintracht, in einer guten Verfassung, haben sich jetzt aus dem kleinen Tief, das war ja wirklich ein kleines Tief, wieder rausgeholt mit einem Dreier, mit einem vielleicht etwas glücklichen, aber trotzdem nicht unverdienten Dreier, einfach schlauer gespielt gegen die Berliner, und jetzt hast du die Möglichkeit, gegen den großen Gegner, ja, der plötzlich wieder ein bisschen nahbar erscheint, hier was zu holen, und wenn du einen Punkt holst oder so, dann steht Frankfurt E-Kopf, das sind ja alles Pluspunkte, die wir jetzt sammeln können, gerade gegen die Bayern, aber ich glaube, es ist alles möglich. Genau, wobei man halt auch dazu sagen muss, also die Bayern sind halt schon sehr dominant nach wie vor in der Liga, sie sind jetzt glaube ich nicht, sie sind ja jetzt nicht ganz so enteilt wie im letzten Jahr, aber du merkst halt jetzt auch so die Konsistenz, die halt einfach drin ist, wo die Mannschaften dahinter jetzt ein Stück weit irgendwie federn lassen, laufen die halt einfach auch durch, aber auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, die spielen halt die Woche auch noch, ich sag, Dienstag, ja, ich glaube Dienstag gegen Paris, also das wird halt auch kein leichtes Spiel für die werden, das wird denen auch viel abverlangen, die stehen auch da halt unter einem enormen Druck, Ja gut, die Frage ist halt, ja gut, da ist halt die Frage, was die Bayern erreichen wollen, also ich meine, natürlich ist es immer der Anspruch, selbst irgendwie die Sache zu gewinnen, aber wenn wir jetzt mal sagen, ich meine, die sind ja auch trotzdem, als Zweiter sind sie ja trotzdem weiter, also ich meine, da passiert ja nichts, insofern ist es, der Druck ist nicht ganz so hoch, aber wenn du sagen willst, du willst definitiv als Erster weiterkommen, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, das müsste, das könnte ja eigentlich nur funktionieren, wenn du, ich glaube, ich glaube, es zählt ja nicht die geschossenen Tore, sondern der direkte Vergleich, ne? Ich meine, ja. Ich meine, wir sind da ja nicht so bewandert, wir haben ja mit der Champions League nicht ganz so viel zu tun. Ne, ich gucke die jetzt auch nicht so oft, aber das wäre jetzt in der Tat mal wieder so ein Spiel, was ich mir durchaus auch angucken würde. Ja klar, auf jeden Fall, richtig super, ja. Also die stehen jetzt aktuell drei Punkte hinter Paris in der Tabelle, also demnach, wenn sie die drei Punkte da jetzt holen, wären sie punktgleich, ja, kommt aber von den Toren nicht hin. Ja, genau, da müsstest du halt sagen, der direkte Vergleich halt, ne? Und da war es ja so, dass Paris, 24 zu 1 Tore, alter Verwalter. Aber das weiß ich halt nicht, wenn es nur um die Tordifferenz geht, dann haben die Bayern eh nur den zweiten Platz. Wenn es aber, aber ich glaube, es geht eher darum, dass es du in einem direkten Vergleich, wenn du, wenn du da besser bist, also wenn die Bayern jetzt 4-0 gewinnen, sag ich mal, ne? Was auch schon nicht so ganz realistisch ist, ne? Dann würden sie Erster werden, weil im Sinspiel ist 3-0 zu, den Ungunsten der Bayern ausgegangen. Also das weiß ich nicht genau. Aber trotzdem, du hast vollkommen recht, das ist natürlich auch eine Partie, du willst dich nicht zweimal gegen Paris abkochen lassen. Das war, im Hinspiel war das eine mega kalte Dusche. Das war einer der größten Negativpunkte, die man ja auch Ancelotti vorgeworfen hat. Und ich glaube, hier wird es so sein, dass die Bayern schon darauf getrimmt sind, das Spiel zu gewinnen. Und das ist ja auch für uns ein Vorteil. Ja, klar. Paris ist ja jetzt, wird das sich ja da auch nicht kampflos geschlagen geben. Die haben ja auch gewisse Ansprüche, ja. Und sei es nur die Ansprüche, irgendwie die Summen, die da irgendwie bewegt worden sind, irgendwie zu rechtfertigen. Und das ist natürlich dann halt auch so die Frage, wie angefressen bist du dann, wenn du dann da halt irgendwie auch nochmal, irgendwie von Paris dann da auch nochmal vorgeführt wirst, an der Stelle. Zumal spielen die zu Hause. Ich glaube, die spielen doch sogar zu Hause. Wen meinst du jetzt? Ja, die Bayern. Ja, die Bayern spielen hier zu Hause. Ja, dann stell dir mal vor, du wirst da im eigenen Stadion von Paris irgendwie mit einem Null zu Füllen oder irgendwas abgekocht. Ja, Ja, dann bist du aber reichlich angefressen. Also für uns ist dieses Spiel in egal welcher Form nur von Vorteil. Denn im Optimalfall ist es so, ja, die haben irgendwie ein blödes Null Null, ja, und sind nicht so wirklich zufrieden und haben aber noch zwei Spieler verletzt, ja. Und dann kommen sie so mäßig gut gelaunt zur Eintracht oder selbst wenn sie zu gut gespielt haben, dann denken sie, es läuft jetzt alles und dann läuft es nicht. Wäre ja sehr überheblich gerade. Genau, es gibt so viele Optionen, die mir jetzt einfallen, die für uns zum Vorteil gereichen können. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass die Bayern diese Spiele am Dienstag haben und wir jetzt bis dahin uns richtig ausruhen können. Vielleicht auch noch das ein oder andere Freistoßkonzept uns überlegen. Ich wollte gerade sagen, du musst ja jetzt, also klar, die Bayern sind durchaus schlagbar, wie es sich ja gezeigt hat, aber ich würde jetzt halt wirklich einfach drauf hingehen und sagen, lasst uns unsere großen Chancen in Standards suchen, jetzt einfach ganz konsequent, weil was willst du jetzt irgendwie noch groß machen? Taktik können sie und lasst uns an der Abwehrstabilität nochmal ein bisschen arbeiten, dass die Abstimmung hinten funktioniert und halt einfach Standards sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive in 43 unterschiedlichen Varianten irgendwie ausprobieren und dann darauf hoffen, dass du mit Freistößen und Ecken und so weiter da halt irgendwas schaffst. Und wenn du die halt ein bisschen nervst, die Bayern werden halt auch Lücken anbieten. Die wollen das Spiel machen, die wollen das Spiel kontrollieren, die werden sich nicht hinten reinstellen und sagen, Frankfurt, jetzt komm mal, mach du mal, sondern die werden das von sich aus tun und da werden sich Lücken auftun. Und wenn du die ein bisschen nervst, dann ist da halt auch Potenzial drin. Und auch mal die ein oder andere frühe Karte. Ich meine, wenn so ein Rebic, den Kimmich da mal so ein bisschen piekst und so weiter, der hat, glaube ich, auch einiges an Temperament. Da kannst du halt auch mal dafür sorgen, dass der dann ein bisschen ruhig gestellt wird. Auf jeden Fall. Ach, Mann, ich freue mich. Dann lass uns doch gleich mal den Tipps an, oder? Das Problem ist, dass das jetzt halt einfach noch so lange hin ist. Dadurch, dass wir jetzt so früh aufnehmen, dauert das noch fast eine ganze Woche, Marvin. Ja, natürlich. Aber wir können uns doch jetzt erst mal langsam der ganzen Sache erfreuen. Wir sind ja heute jetzt noch teilweise, auch wenn sich das hier alles schon relativ gesettelt anhört, aber ich bin jetzt immer noch so im leicht euphorischen Modus. Ich habe Bock drauf. Ich finde es alles geil. Ich meine, hallo, guck mal, wir haben gegen Berlin gewonnen. Die Leute, die sich den weiten Weg auf sich genommen haben und wieder nach Berlin gefahren sind. An einem Sonntag. Die kehren nicht, ja, die beschissensmögliche Zeit, die kehren nicht mit leeren Händen zurück, sondern mit drei vollen Punkten. Es hätte auch noch Sonntag 17.30 werden können, das wäre noch bescheidener gewesen. Ja, du hast recht, aber es ist halt alles so, alles scheiße. Aber so ist es doch kackegal. Du fährst heim, du hast Bock, drei Punkte geholt. Super gut. Und dann lohnt sich so eine Reise auch. Und jetzt, das nächste Spiel ist doch für alle nur ein Bonus und wir schauen, wie der Hase läuft. Wichtig ist, dass wir die anderen Spiele da wieder, wie soll ich sagen, punktemäßig vielleicht nochmal das eine oder andere holen. Sehr, sehr wichtig auf DFB-Pokal. Aber Bayern ist einfach eine mega geile Freude und wir nutzen das und ich glaube, wir werden was Positives erleben. Da bin ich fast überzeugt von. Ja, klingt gut. Du möchtest tippen? Ja, also, lass mich mal überlegen. Ich würde sagen, ja, mach mal ein 1 zu 1. Ja, Marvin ist voll auf der Siegerstraße. Naja, ich bin ja nicht total geistig umdacht und deswegen würde ich einfach mal ein 1 zu 1 tippen. Ja, das ist, das ist gut. Ich sage 2-2. Na, ist doch auch gut. Ich bin ein bisschen mehr auf der Siegerstraße als du. Ja, gut, dann haben wir den Part auch schon fertig und dann müssen wir jetzt hier wieder einen Dummschwätzer der Woche küren. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass Basti nicht dabei ist. Der hätte zu dem einen oder anderen durchaus was sagen können. Aber natürlich müssen wir jetzt erstmal auflösen, wer denn letzte Woche geworden hat. Ich wiederhole gerade nochmal, wer zur Auswahl stand. Wir hatten eine höhere Nominierung und zwar den Herrn Minzler für seine Aussagen zu, was war das, zur Sportbild, dass sie ja so konsequent mit Geld umgehen und Feldenkultur, um die sie andere Vereine beneiden. Wir erinnern uns. Dann hatten wir den DFB für seine wunderbare Pressemitteilung zu dem Thema mit der U20 aus China. Dann hatten wir den Herrn Grindl für seine Reform der Aufstiegsregeln. Dann hatten wir noch Marvin mit dem flachen Tweet. Wir erinnern uns. Und Martin Kind für seinen Aufruf oder Anruf im Doppelpass. Und es tut mir jetzt sehr leid, aber du bist leider nur auf Platz 4. Naja, gut. Du hattest harte Konkurrenz. Platz 3 ist der Herr Grindl, der den Bastia irrtümlicherweise in die falsche Partei eingesortiert hat. auf Platz 2 der DFB für seine Pressemitteilung und auf Platz 1 mit 40,5% der Herr Minzlaff. Naja, hat er sich aber auch redlich verdient, muss man sagen. Ja, ganz ehrlich, ja. Also dieses Thema mit dieser Fankultur und dass sie ja so gut wirtschaften würden, also das habe ich die Woche ein paar Mal gehört und das war nie in einem besonders positiven Ton. Nee und ich glaube darüber werden wir irgendwann auch noch mal gesondert noch mal länger sprechen, denn das ist ja auch wieder so ein großes Thema. Aber ich denke, da hat es den richtigen auf jeden Fall getroffen, da gibt es jetzt nichts. Ja. Ja, ansonsten wen haben wir für diese Woche? Für diese Woche wir haben wieder schwere Geschütze und zwar haben wir eine doppelte Hörernominierung sowohl von Benedikt als auch von Sascha und wir machen quasi direkt da weiter, wo wir letzte Woche mit dem Sieger aufgehört haben. Nicht der Herr Minzlaff, aber der Herr Rangnick, der ja aus demselben Stall kommt, der sich in, ich glaube in der Presse, ja in der Pressekonferenz war das am Freitag vor dem Spiel gegen hier Dingens, Hoffenheim, wo es wenig um das Spiel ging, sondern einfach eher so generell um die Situation von Leipzig, doch sehr stark darüber beschwert, dass das Financial Fairplay sie doch so enorm einschränken würde. Ich habe da noch mal einen Tweet von Raphael Buschmann verlinkt, der noch mal darauf hinweist, dass Leipzig seit 2014 etwa 150 Millionen für Transfers ausgegeben hat, aber nur 25 Millionen eingenommen hat und so wie ich das Financial Fairplay bislang immer verstanden habe, heißt das, du darfst nur so viel ausgeben, wie du auch einnimmst. 150 gegen 25. Tja, also was soll ich dazu noch sagen? Ja, sagen wir jetzt erstmal nichts mehr zu. Genau, also das ist die eine Hörernominierung, die wir da haben und dann haben wir noch eine zweite und zwar von Christian, der nominiert Sport 1, die eine wunderbare Ankündigung auf die Live-Übertragung der Damen-Volleyball-Mannschaft begonnen hat, mit von wegen diese Mädels sind zum Anbaggern. Genau, das hatte ich auch gesehen, relativ früh und muss sagen, sehr gute Nominierung, übrigens sowieso total cool, liebe Hörer, ich finde es mega geil, dass ihr immer so Vorschläge beisteuert, das gehört dazu, das macht unseren Podcast ja noch lebendiger, vielen Dank dafür, aber die Nominierung von Christian ist eine, die ich auch persönlich supporten würde, denn bei allem Respekt, ich weiß, natürlich ist es so, dass Sport 1 ja sowieso auch der Sender ist, der die nackten Bubis ab 23 Uhr da rumlaufen lässt und so weiter und sofort diese scheiß Call-In-Sendung ja lange Zeit gemacht hat, denn diese Sexwerbung, die kennen wir ja auch, die ist ja auch Teil unserer aller Kindheit, also das brauchen wir ja nicht zu verleugnen, wenn ich überlege, dass ich irgendwie, keine Ahnung, abends immer damals noch bei DSF oder so Wrestling geguckt habe, nachts, dann waren ja auch die ganze Zeit diese Werbeblöcke, aber ich finde, sowas hat nochmal eine andere Qualität, weil bei dem einen geht es klar um Werbung, aber bei dem anderen geht es ums Vermarkten eigentlich von Frauen, die aber Sport treiben, bei denen der sportliche Aspekt im Vordergrund stehen sollte, das machst du ja bei Männern auch nicht, da sagst du ja auch nicht, oh ja, hier, Cristiano Ronaldo zum Testspiel, zeigt er wieder seinen langen Schniedel, ums jetzt mal weiterzutreiben, weißt du, oder oh, Knackpropöchen Cristiano Ronaldo, da denke ich mir, Leute, wir leben in 2017, bald ist 2018, wann checkt Sport 1, dass sie andere Methoden fahren müssen, um Leute dafür zu gewinnen, andere Sportarten gut zu finden, ich weiß, dass es ein Dilemma ist, dass alles, was nicht Fußball ist, schon darunter zu leiden hat, aber so machst du es auf jeden Fall nicht richtig, es gibt immer den Wert, die Möglichkeit der reinen Sportlichkeit, das haben andere ja auch geschafft, guck dir an, wie es mittlerweile bei anderen Sportarten ist, dass Frauensport sogar noch viel wichtiger ist, also ich meine, wenn ich mir angucke, bei der UFC, bei Ultimate Fighting zum Beispiel, da war alles, was um Ronda Rousey oder auch den anderen passiert, das hat einen wesentlich größeren Entertainment-Grad, mittlerweile viele Leute schalten nur deswegen hier noch UFC ein, beim Wrestling ist es übrigens ganz genauso, da ist der Frauen-Wrestling-Bereich mittlerweile einer der interessantesten und abwechslungsreichsten, ja und dann meine Güte, da muss ich doch als Sport 1 dafür sorgen, dass die Frauen genauso den sportlichen Wert haben und nicht auf Knackpöche reduzieren. Ja, also es ist total absurd, da könnte man wirklich meinen, dass wir da mittlerweile in einer komplett anderen Welt angekommen sind, allerdings, ich habe vorhin den Fehler begangen und habe mir dann einige der Kommentare unter diesem Beitrag durchgelesen und dann merkt man halt leider auch, es gibt noch genug Publikum, was du mit sowas halt einfach triggern kannst. Du, das ist ja auch genau das Problem, wir leben ja auch, wenn ich sowas sage, ist mir wohl bewusst, dass ich immer noch in der, vielleicht immer etwas größer werdenden, aber immer noch in der Filterbubble lebe und alle, und viele Leute außerhalb dieser, das halt grinslich anders sehen oder mit anderen Dingen gewiss und locker aus, ja umgehen, das ist schon klar, das weiß ich auch, aber es bringt halt nichts, dann zu sagen, naja, es hat ja keinen Wert, ich glaube der Wert muss trotzdem sein, dass wir sagen, so geht es halt nicht und es muss halt anders laufen und wenn aber Sport 1 das auch mal realisieren würde, dass ich das allein für die Mitarbeiter, ich meine, wenn du überlegst, bei Sport 1 gibt es bestimmt auch viele Frauen, die da arbeiten, ich weiß nicht, ob jede Frau es so geil findet, dass Frauensport genauso vermarktet wird und das heißt, wenn du willst, wenn du gar nicht, wenn du weißt, dass deine Kollegen das nicht schon gut finden, dann mache ich das vielleicht auch nicht, also ich meine, das sind alles so kleine Wirkungen, große Wirkungen, finde ich einfach grundsätzlich problematisch. Ja, definitiv, da fällt mir gerade noch was für die Empfehlungen gleich an, das muss ich gerade noch raussuchen, von daher die Frage an dich, hast du noch einen weiteren oder mehrere weitere Dummschwätzer? Ne, also ich finde, wir sind hier mit zwei diesmal, diese Woche ganz gut belegt, im nächsten Morgen werden wir bestimmt wieder mehr haben, aber ich denke jetzt hier so eine 50-50 Chance oder beide berechtigte Kandidaten sind, da bin ich mal gespannt, wie unser Publikum diesmal abstimmt. Ja, hervorragend. Ja, dann würde ich, weil es gerade thematisch so wunderbar passt, bei den Empfehlungen gerne einfach weitermachen wollen, wenn ich hier fertig bin, diese Kapitelmarke zu setzen und mich nachher wieder weiß, wo ich hier das reinschreiben muss und zwar, wenn wir schon gerade bei diesem ganzen Sexismus-Thema sind, was ja traurigerweise da nach wie vor ist. Die uns bekannte Mara Braun, die ja auch hier schon mal zu Gast war, hat die Woche eine, wie ich fand, sehr praktische oder interessante Kolumne dazu geschrieben, zu dem Thema, wo sie nochmal das ganze Thema beleuchtet, auch wie sie in ihrem Job damit umgeht und was sie sich so alles da anhören muss. Und wer halt einfach auch nicht glaubt, mit was da zum Teil für Begrifflichkeiten um sich geworfen wird, dem haue ich jetzt hier einfach mal den Link in die Show Notes, der kann sich das da nochmal durchlesen. Das ist schon sehr traurig, was da einfach passiert. Aber interessant und gut, dass ihr es aufgeschrieben habt. Ich freue mich auf die Lektüre. Ja. Okay. Soll ich mal weitermachen? Dann mach du mal weiter. Ja, also ich habe auch eine Empfehlung und zwar ganz eigennützig. Nein, also ich fange erst mal mit was anderem an und zwar Wirst du doch nicht etwa hier Sameless Self-Plugging machen? Doch, das mache ich gleich, aber ich mache jetzt erst mal was anderes und zwar vielen, vielen Dank an den Sunny. Der hat uns ein Interview empfohlen. Wir hängen das rein, sobald wir die Möglichkeit haben. Es ist noch nicht online, also es ist jetzt noch ein Kaufartikel, wenn du die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung abonniert hast. Ich habe mir so ein paar Teaser jetzt schon angeguckt, aber ich habe es noch nicht in Gänze lesen können und zwar ist es ein Interview mit Niko Kovac, der viele schlaue Dinge, viele intelligente Dinge gesagt hat, viele auch natürlich, wo du merkst, okay, er tickt schon richtig, das merkt man ja in Nuancen immer wieder. Also sobald das online ist, frei verfügbar, dann hängen wir es euch auf jeden Fall rein. Ansonsten, wenn ihr vielleicht eh Sonntagszeitung Abonnent seid, dann könnt ihr ja da eh mal reinschauen, aber das soll ein richtig gutes Interview sein und wir vertrauen natürlich unserem Hörer Sunny. Ich habe selber auch mal ein bisschen schon reingesneakt, das ist auf jeden Fall etwas. Okay. Ja, das sollten wir auf jeden Fall verlinken, das klingt spannend. Ja, ist auch mal so ein bisschen außerhalb des typischen Fußballblas, was auch immer eine ganz nette Angelegenheit ist. Genau. Genau. Dann, jetzt mache ich dieses shameless Self-Plugging und zwar, wir vom Ringfuchs-Podcast haben einen Weihnachtskalender und haben jeden Tag ein anderes Türchen, das heißt, wir werden kleinere Themen besprechen, so maximal oder ich sage mal roundabout fünf Minuten, das heißt, es ist schnell snackable, es ist ein kleines Türchen, verschiedenste Themen, verschiedenste merkwürdige, wir wechseln immer ab, ein gutes, ein schlechtes, ja, das heißt, am Weihnachten wird es nochmal was Schlechtes geben, freut euch da drauf, ja, vielleicht wird es auch ein bisschen die fünf Minuten Grenze ein bisschen sprengen, aber für Wrestling-Fans oder auch für Leute, die irgendwie einfach nur absurde Dinge einfach mal mitbekommen wollen aus anderen Sportarten, ist das auf jeden Fall was, wo ihr mal reinhallen könnt. Ja, dann habe ich noch was anderes zum Reinhören, was jetzt zu deinem, zu deiner Empfehlung mit dem Interview von Kovac in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung passt, und zwar war der Herr Bobic zu Gast im Immer-Härter-Podcast, wo ich mich ein bisschen darüber aufgeregt habe, dass er da im Podcast war, nicht bei uns, aber vielleicht mag der ein oder andere ja den Herrn Bobic noch mal drauf hinweisen, dass es uns gibt und dass er auch gerne mal bei uns vorbeischauen kann. Ich fand die Folge trotzdem sehr interessant, die geht eine knappe Stunde und geht zum einen so ein bisschen generell auf die Bundesliga ein und wie er das so einschätzt, wo die Eintracht langfristig oder auch kurzfristig mitspielen kann, wie er das so alles erlebt hat, hier anzukommen, geht auch so um dieses Thema Fans und wie das jetzt ist mit irgendwelchen Plakaten und so und Stimmung. Also es ist eine recht bunte Folge, geht es nicht so konkret auf das Spiel ein, es wird zwar auch so ein bisschen über die kommende Begegnung, also jetzt vergangene, damals noch kommende Begegnung mit der Hertha eingegangen, aber halt auch so viel drumherum und von daher eine recht interessante und auch jetzt nicht so zeitkritische Folge, also kann man sich auch bequem noch die nächsten Tage anhören, fand ich recht interessant und mit einer knappen Stunde auch echt einfach zu konsumieren. Klingt mega gut, also das werde ich mir auf jeden Fall mal reinhauen. Wird ja vielleicht auch mal Zeit, dass der gute Herr Bobic mal auf unsere Calls antwortet und selber mal hier mal vorbeischaut, aber das klingt auch schon mal nicht schlecht. Ja, also gibt auf jeden Fall nochmal einen guten Einblick und ich hatte durchaus so ein paar Fragen im Kopf, die ich ihm dann auch gerne nochmal stellen würde bei Gelegenheit. Maybe we got the chance, ja. Ja, ich glaube, dann sind wir auch mit den Empfehlungen schon durch. Mein Gott, das läuft ja hier heute durch, wenn wir hier keine CDU-CSU-Vergleiche drin haben, dann kommen wir auch irgendwie mit der Zeit ganz gut hin. Es ist ja fürchterlich. Kommt ja nächste Woche wieder, ja. Ja, nächste Woche muss Basti auf jeden Fall wieder mit dabei sein, damit wir hier den ein oder anderen Lacher noch mit dabei haben. Ja. Aber vielleicht kriegen wir ja nächste Woche sowieso nochmal irgendwie eine ganz andere Folge hin. Da müssen wir sowieso gucken, weil nächste Woche ist ja auch englische Woche, nicht zu vergessen. Oh ja. Da wird das sowieso terminlich noch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen, ich nenne es mal heikel. Da müssen wir halt einfach mal gucken, wie wir das da reinbauen, auch gerade jetzt so in dieser Vorweihnachtszeit, da hat ja auch der ein oder andere von uns noch ein bisschen mehr zu tun. Von daher, der Dienstag wird es schon mal nicht. Ich glaube, so viel können wir sagen. Okay. Ja, weil da ist ja dann sowieso das Spiel. Also von daher live kommentieren wird es nicht geben. Und wir gucken mal, ob wir das da irgendwie drumherum bauen können. Hätte ich ja aber eigentlich mal wieder Bock. Das müssen wir mal wieder machen. Also Zuhörer, wenn ihr demnächst mal wieder wollt, dass wir irgendwann mal live kommentieren. Im Zweifel kann das auch ein, was weiß ich, wenn es irgendein Hallenspiel gibt oder so, können wir auch das mal kommentieren, ja. Keine Ahnung, irgendwelche Testspiele. Ich habe seit Jahren keinen Hallenpokal mehr geguckt. Gut, die letzten Jahre gab es es auch nicht mehr, ne? Ja, 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 aber auch davor, als es die noch gab. Also ich habe die ja ganz, ganz früher, TM, immer wahnsinnig gerne geguckt. Aber irgendwie so in den letzten Jahren, als es die noch gab, da fand ich, war das auch schon sehr, sehr langweilig. Ich meine, du bist ja dann auch nur irgendwie mit der zweiten, dritten, fünften Mannschaft da aufgelaufen. Richtig, ja. So richtig stimmungsmäßig war da nachher halt auch nichts mehr. Es war im Endeffekt in den letzten Jahren ja sowieso, also ich meine, jetzt ist ja gar nicht mehr passiert, aber es war dann ja echt so, dass du mit einem ganz anderen Gadel da an den Start gegangen bist. Ich meine, ich war ja sogar teilweise noch vor Ort, ne? in der Ballsporthalle, aber das war, ach na ja, es hat irgendwie kein richtig tolles Ende genommen, fand ich. Insofern ist es jetzt schon verkraftbar, wenn das irgendwie nicht mehr so stattfindet. Auch wenn es früher mal ein ganz netter Gag war. Aber es ist ja so, dass die Rückserie schon relativ früh wieder kommt. Wir spielen schon am 13.1. sind wir schon wieder am Start. Naja, es ist ja alles ziemlich früh, weil das ja auch alles rechtzeitig durchdrehen muss dann für, ähm, hier sagen sie es, die WM. Ja, für die Weltmeisterschaft. Ja, das läuft ja schon ein. Wir reden über die Nationalmannschaft und instantan setzt hier der Schlafmodus ein. Ja, also ich meine, Weltmeisterschaft, ne Brudi, was ist los? Guck dir das mal an. Ich meine, also die Weltmeisterschaft, da müssen wir nächste Woche mal ausführlich drüber sprechen. Ich glaube, das ist wieder ein anderes. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt ausführlich drüber sprechen will, aber na gut, schauen wir mal. Ja, ähm, ich glaube, dann sind wir schon durch. Erschreckend, genau. Also behaltet die Social Media im Auge, wir müssen nächste Woche mal gucken, wie wir das mit der Aufnahme machen, vielleicht machen wir auch irgendwas ganz Verrücktes, mal gucken, wir wissen es noch nicht, aber ihr werdet uns auf jeden Fall irgendwie hören und Marvin hat euch gesagt, wenn ihr Live-Comment von einem Spiel von uns haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt es bei Twitter, schreibt es bei Facebook. Genauso, wenn ihr weitere Vorschläge für Dummschwätzer habt, dann haut das da auch rein. Wer packt das dann hier immer? Ich habe jetzt eigentlich sogar schon einen spontan Dummschwätzer der Woche, den wir eigentlich jetzt noch schnell mit rein immunieren könnten und zwar, das muss ich jetzt schon noch schnell machen, jetzt bin ich so angefixt und zwar gibt es den Twitter-Account Absolut Fußball, ne? Ja. Absolut Fußball und zwar, die haben, machen jetzt mit einem Artikel auf, wird Marius Wolf der nächste Frankfurter Nationalspieler? Also, bei allem Respekt, der Junge spielt eine super Saison für seine Verhältnisse, der hat aber jetzt sein zweites Saisontor gemacht, ja? Der muss erstmal richtig in der Bundesliga ankommen, bevor der jetzt hier zum Nationalspieler wird, ja? Also, liebe Leute, nur um Klicks zu erhaschen, ist das vielleicht doch nicht die beste Methode, irgendwie nur, weil es halt ein deutscher Spieler ist, der bei der Eintracht gut kickt, dass der jetzt zum Nationalspieler werden kann. Dann muss man die Kirche wirklich noch im Dorf lassen, ja? Und der Junge ist halt auch jetzt nicht mehr so jung, dass er jetzt hier mit 22 jetzt noch in der U1 und sich spielen könnte, um das kleine Türchen euch zu biegen und die B-Nationalmannschaft gibt es auch noch nicht mehr. Also, naja, gut, das ist mir jetzt so gerade aufgefallen, damit bin ich ruhig. Okay, ja, verlinken wir, schön fleißig abstimmen für die Dummschwätzer, Vorschläge, wie ihr das jetzt auch brav macht, per E-Mail, Twitter, Facebook, whatever, und genauso sagt uns, ob ihr einen Live-Comment haben wollt, und damit würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch eine, ja, schöne, lange Restwoche, sie fängt ja quasi gerade erst an, und ein schönes Fußballwochenende, viel Spaß im Stadion, nächste Woche gegen die Bayern, und, ja, dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 Outro